Willkommen zu einer neuen Folge von Software-Architektur als Beruf. Wer bist du? Mein Name ist Sven Johann und ich wohne mit Frau, Kind und Katzen in Köln. Vielleicht sieht man gleich auch noch eine Katze hier rumlaufen. Was steht auf deiner Visitenkarte? Ich habe gar keine Visitenkarte, brauche man eigentlich nicht mehr in Zeiten von LinkedIn, würde ich mal so behaupten. Da, bei LinkedIn steht aber, ich bin Senior Consultant bei der InnoQ. Das heißt, ich entwickle Software, ich betreibe Software, ich verbessere Software. Ich bin auch Trainer für Foundation Level und die Improveschulung vom ISAQB. Und ja, beschäftige mich die letzte Zeit relativ viel mit Production Readiness von Architekturen. Wie bist du da hingekommen? Im Studium hatte ich so zwei USA-Aufenthalte in Los Angeles und Washington. Und da, da praktisch an diesen Lehrschulen, habe ich mich sehr viel mit Entwicklungsprozessen beziehungsweise Architektur auseinandergesetzt. Und ich hatte auch im Studium zwei Jobs bei so bekannteren, größeren Firmen als Entwickler. Und was mir da aufgefallen ist, so die Dinge, die die Leute an vorderster Front sagen und tun, also die Leute in vorderster Front in Forschung und Industrie. Und was normalerweise in der Industrie so gemacht wird, da gibt es wirklich gigantische Unterschiede. Also, das hat mich schon immer sehr überrascht im Studium. Ich hatte auch manchmal so Firmen ausgesucht, wo ich gedacht habe, ja, da arbeitet der große XY und er hat so berühmte Bücher geschrieben. Und die Leute können mir bestimmt da weiterhelfen. Aber die meisten haben diese Bücher noch nicht mal gekannt. Also, es war ein bisschen überraschend. Von daher wollte ich eigentlich, also mit dieser Erfahrung wollte ich eigentlich immer mit Leuten arbeiten, die vorne dabei sind. Also, die, sagen wir mal, die wichtigen Bücher schreiben, die wichtigen Paper, die vielleicht auch interessante Software geschrieben haben. Weil man will einfach vermeiden, dass man irgendwie so in so einer Abgehängten, also Abgehängten ist vielleicht so negativ, aber dass man nicht Bescheid weiß, wie gerade der Stand, der State of the Practice, wie das so State of the Art, wie das gerade aussieht. Ja, danach, also nach dem Studium, da habe ich bei so einer Consulting-Firma gearbeitet, Softlab, die gibt es nicht mehr. Da waren schon ein paar extrem gute Leute gewesen, wie zum Beispiel den Uwe Friedrichsen, den kennt man ja heute als CTO von Cozentric. Es gab auch so ein paar andere und interessanterweise gab es halt diese Leute und es gab auch wieder dieses ganz andere Spektrum. Also, Leute, die eigentlich gar nicht so genau wissen, was sie tun. Und gewissermaßen ist auch klar, dass dieser Unterschied zwischen guten Leuten und nicht so guten Leuten relativ groß ist. Aber was mir damals auch schon aufgefallen ist, ist, wenn man in einem Projekt ist mit meinetwegen jemandem, der wirklich weiß, was er tut, also Projektleiter oder Architekt, beziehungsweise Leute, die das nicht so gut wissen, gigantische Unterschiede, wie diese Projekte laufen. Das hat mich wieder bestärkt. Am besten immer irgendwo sein, wo die bekannteren Leute rumlaufen. Ja, dann habe ich eine Weile bei Adesso gearbeitet. Das wurde, also die Firma wurde ja von Volker Krun, so einem Software Engineering Professor gegründet. Und da konnte ich endlich mal wieder so mein Interesse an Entwicklungsprozessen ausleben. Wir hatten auch ein Projekt, so interessanterweise ein Extreme Programming Projekt, wo auch Kent Beck der Berater war. Das war auf jeden Fall sehr einschneidend für mich, muss ich sagen, was ich da gelernt habe. Dann bin ich nach Amsterdam gegangen, habe bei einer Firma gearbeitet, die hieß J-Team. Die wurde danach von einer anderen Firma, Trifog, aufgekauft. Ja, das war, Trifog macht ja diese Go-To-Konferenzen. Die hat noch relativ viele Apache-Committer an Bord. Also es war auch aus Entwicklungssicht eine sehr interessante Stelle. Und über Trifog bin ich dann bei der InnoQ gelandet. Ich war mein ganzes Leben Externer, manchmal auch Externer, der bei den Kunden, beim Kunden arbeitet, aber dann für den Kunden praktisch mit anderen Externen arbeitet. Also ich muss sagen, das war auf jeden Fall auch eine recht interessante Erfahrung. Welche Rolle spielt Softwarearchitektur in deinem beruflichen Leben? Da kommt so ein bisschen auf das Projekt an und wo wir im Projekt stehen. Also grundsätzlich würde ich sagen, spielt eine große Rolle. Am Anfang vom Projekt natürlich mehr als bei, wenn man so schon fast, wenn man schon sozusagen in der Weiterentwicklung ist. Man muss aber auch dann dazu sagen, bei Weiterentwicklung stehen natürlich andere Architekturanforderungen oben auf der Liste, wie die Wartbarkeit, Modernität, Betrieb, Lieferbarkeit und so weiter. Ich habe im Prinzip so von sehr viel bis vergleichsweise wenig dabei, je nachdem, was für ein Projekt und wo wir gerade sind. Ich will eigentlich immer gerne angemessen viel Architekturarbeit machen, aber das klappt irgendwie nie so richtig. Klar, angemessen ist immer schwer. Entweder mache ich zu viel in den Wolken oder ich bin zu viel in Details des Tagesgeschäfts drin. Da ist noch so eine kleine, wo ich versuche, mich auszubalancieren. Aktuell stehen betriebliche Anforderungen wie Latenz, Verfügbarkeit, aber auch ressourceneffizient bei mir hoch im Kurs. Das macht viel Zeit bei meiner Arbeit aus, aber auch organisatorische Voraussetzungen, also Stichwort sozio-technische Architektur. Also man will ja keine Manager die Organisation für Entwicklungsteams machen lassen und deswegen, ja, da müssen wir das halt irgendwie tun, ja, wir als Architekten. Was hat dich zuerst in den IT-Bereich hineingezogen? Ja, gute Frage. Also es war nie meine erste Wahl fürs Studium. Also ich hatte so unterschiedliche Ideen. Ich wollte erst Mathe studieren und dann habe ich aber gemerkt, naja, für Mathe bin ich vielleicht doch nicht gut genug. Dann habe ich über Sport nachgedacht, aber Sport, ja, ist eigentlich auch nicht so. Da kam mir, das habe ich mir irgendwie nicht so zugetraut. Bauingenieurwesen, dann ist irgendwann tatsächlich Volkswirtschaft geworden. Aber da war der Programmiertanteil sozusagen das Interessanteste im ersten Semester und ja, und dann bin ich zur Informatik gewechselt. Also ich denke, Programmieren macht natürlich Spaß, aber Sport hat mir auch Spaß gemacht. Ich denke, die interessante, die Aussichten damals, wie auch heute, dass Informatik einfach unglaublich abwechslungsreich werden könnte, das hat mich dann letzten Endes dahin gezogen. Also macht Spaß, aber das wird mir wahrscheinlich auch durch die nächsten 20, 30, 40 Jahre Spaß machen, weil die Welt dreht sich halt sehr schnell weiter. Und meiner Meinung nach hat sich das auch bewahrheitet. Was war dein schlimmster beruflicher Moment? Also ich hatte relativ viele schlimme Momente, würde ich mal sagen, aber ein Moment, der vielleicht so halbschlimm war, der aber für diese Session hier vermutlich am interessantesten ist und für Leute, die mit Architektur zu tun haben, war noch im Studium. Ich war am Lehrstuhl und wir hatten, ich hatte ein Paper geschrieben mit meinem Betreuer und dieses Paper, wir waren kurz davor bei so einer Konferenz, dieses Paper vorzustellen. Und dann hatten wir mit der ganzen Gruppe nochmal so eine Session, wo ich dann in der Gruppe dieses Paper vorgestellt habe. Und der damalige Gruppenleiter, der hat mir halt einen Haufen Fragen gestellt zu dem Problem, das wir da gelöst haben. Und ich konnte ihm, ich konnte relativ gut, also jetzt würde man sagen Architecture Decision Record, ja, ich konnte relativ gut sagen, das ist unser technisches Problem, unser Problemkontext. Und das sind so die Möglichkeiten, die wir hatten, um dieses Problem zu lösen. Und wir haben uns für folgendes Problem entschieden. Das konnte ich relativ gut darlegen. Ihn hat aber interessiert, warum lösen wir dieses Problem überhaupt? Also warum gibt unser Geldgeber damals DARPA, also Department of Defense Advanced Research Project Agency, warum geben die uns überhaupt dieses Geld? Was ist das Ziel von diesem riesigen Projekt, von unserem Teilprojekt? Also im Prinzip, er wollte diese ganze Traceability haben, von meiner kleinen Code-Entscheidung bis zu irgendjemand in Washington entscheidet, er gibt jetzt irgendwie 100 Millionen oder wie viel auch immer an diverse Universitäten. Das konnte ich nicht. Und ich wusste ehrlich gesagt auch gar nicht so genau, was er wollte. Ich hatte das überhaupt nicht auf dem Schirm und damals war ich schon eine Weile da am Lehrstuhl am Arbeiten. Und er hat wirklich am Schluss so mit den Fäusten auf den Tisch geschlagen und konnte einfach nicht glauben, dass jemand Monate an irgendeinem Problem arbeitet, ohne dass er wirklich versteht, was wollen die obersten Geldgeber damit eigentlich erreichen mit diesem Projekt. Weil ich habe mich einfach immer nur auf dieses, auf mein Teilproblem gestürzt und hatte praktisch die Welt außenrum ignoriert. Und also ich hatte Tränen in den Augen, weil er mich so fertig gemacht hat. Aber ich denke auch für meine jetzige Arbeit war das kein schlechter Moment, weil jetzt mache ich das immer. Also egal wo ich hinkomme, ich will eigentlich immer sozusagen das volle Tracing haben von, warum gibt irgendeinen Vorstand bei irgendeiner großen Firma, macht der einen Geldtopf auf, um hier so ein Projekt zu starten oder ein Programm zu starten. Und vielleicht bin ich nur so ein ganz kleiner Teil irgendwie unten drin, aber ich versuche immer die ganze Kette zu verstehen. Also es war jetzt nicht so der schlimmste Moment vielleicht, aber ich denke ganz interessante Situation, wo ich auf die Nase gefallen bin. Was ist die wichtigste nicht technische Fertigkeit, die dir in deinem Beruf geholfen hat? Ja, also ich kann vergleichsweise gut mit Leuten unterschiedlichster Herkunft, also mit Herkunft meine ich hier, ob das jetzt irgendwelche Domänen-Experten sind oder Nutzer vom System, Projektleiter, Produktmanager, QA, Datenschutz, wie auch immer. Ja, also diese, ich sage mal, man könnte sagen, unsere Stakeholder. Ich kann relativ gut mit den Leuten mich unterhalten. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass die mir vertrauen und mich jetzt nicht als jemanden sehen. Das habe ich schon öfter gehört. Ja, der will ja nur technisch spielen, sondern ja, ich komme gut mit denen klar. Die nehmen mich ernst, die, es fällt mir leicht, mit diesen Menschen an einer guten Lösung zu arbeiten und deren Anforderungen zu verstehen und dann natürlich aus Projektsicht das für die Architektur ganz gut auszubalancieren und zu kommunizieren. Ja, da die meisten Projekte ja eher an so diversen nicht technischen Dingen scheitern statt an technischen Dingen, hat mir diese Fähigkeit, glaube ich, bisher ganz gut weitergeholfen. Auf welche beruflichen Ziele konzentrierst du dich derzeit? Ja, da gibt es so ein paar Dinge, die ich ganz interessant finde. Also als Consultant findet man es ja immer gut, immer unterschiedliche Dinge für ein paar Jahre zu machen. Die Abwechslung ist ja wirklich der schöne Teil. Im Moment, also die letzten paar Jahre, schaue ich mir Gregor Hopes Architecture Elevator an. Also wie verbindet man sozusagen Penthouse mit dem Maschinenraum? Also wie schaffe ich es, die Unternehmensstrategie zu verstehen und das praktisch runterzutragen bis in die Entwicklung? Ihr seht schon so ein bisschen den Link zu meinem schlimmen Erlebnis damals in den USA. Da war das ja im Prinzip genauso. Meinem Chef war es extrem wichtig, dass jeder praktisch diese ganzen Stockwerke kennt, egal ob man im Kleinen arbeitet oder irgendwo in der Mitte. Man muss immer wissen, was will der oberste Geldgeber eigentlich erreichen. Und ich finde es gut, dass der Gregor dieses Buch geschrieben hat und ich versuche da möglichst viel zu lesen und das auch im Projekt anzuwenden. In der Vergangenheit muss ich ehrlich sagen, war ich ein bisschen zu wenig im Maschinenraum, habe also zu wenig Hands-on gemacht. Das steht jetzt seit ein paar Monaten wieder deutlich weiter oben auf meiner Liste, dass ich einfach ein bisschen mehr Code produziere. Das muss nicht jeden Tag sein, aber ich sage mal so 20, 30 Prozent meiner Zeit sollten auf jeden Fall in Coding fallen. Wo wir im Moment mit ein paar Kollegen dran arbeiten bei InnoQ sind organisatorische Dinge. Also wir als Softwareentwickler, als Architekten, wir müssen gerade in großen Teams, also nicht in großen Teams, aber wenn man an Systemen arbeitet, die mehrere Teams haben, spielt die Organisation rund um die Entwicklungsteams eine große Rolle. Da gibt es bei mir auf jeden Fall einen Haufen Verbesserungsbedarf, wie ich mit solchen Organisationen arbeite, um das zu erreichen, was eigentlich jeder will. Und da stecke ich jetzt im Moment auch relativ viel Zeit rein, Organisationen im Kontext Softwareentwicklung besser verstehen. Was ist die Einschränkung an deinem Beruf? Ja, also als Consultant natürlich immer die Reiserei. Also viel unterwegs sein, Hotels ist eigentlich nichts Gutes. Ich denke, Corona hat da für die Zukunft ganz gut vorgelegt. Also ich muss jetzt bestimmt nicht mehr für irgendein Meeting, das zwei Stunden dauert, einen Tag irgendwo hinfliegen und abends nochmal zurück. Ich muss auch gestehen, tatsächlich im Moment bei InnoQ reise ich, also bei InnoQ bin ich eigentlich immer hier rund um Köln unterwegs und mache Homeoffice. Auch davor die Firma Triforque, die waren in Amsterdam, war eigentlich auch immer alles in Amsterdam und beziehungsweise der Randstadt, also Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Amsterdam. Da musste ich nicht so viel reisen, aber früher bin ich extrem viel gereist. Und ja, ich denke, das ist auf jeden Fall der Nachteil, wenn man, Consultant leben, ist sehr abwechslungsreich, aber manchmal muss man halt auch viel unterwegs sein, das ist irgendwie doof. Ich finde auch, mittlerweile geht's, ja, aber ich hatte oftmals so verrückte Deadlines. Also wenn man als Consultant irgendwo hinkommt, dann ist meistens die Kacke am Dampfen. Ich musste schon früh dieses Buch von Ed Jordan lesen, The Death March, wie man solche Projekte überlebt. Ja, das finde ich, also der zeitweise wirklich extreme Stress in Projekten, der hat mir schon immer ein bisschen zu schaffen gemacht. Mittlerweile komme ich ganz gut damit klar. Drei Ratschläge an dein 18-jähriges Ich. Na, das fällt mir ein bisschen schwer, weil so diese ganz großen Fehler, die habe ich entweder nicht gemacht oder noch schlimmer, es ist mir einfach nicht bewusst, dass ich da irgendwas falsch gemacht habe. Also ich wollte auf jeden Fall immer weg. Ja, ich komme da von so einem kleinen Dorf, wollte immer so ins Ausland, wollte in interessanten Städten wohnen, ich wollte viel reisen. Das hat im Prinzip ganz gut geklappt. Aber ich hätte, ich finde jetzt, ich hätte mutiger sein können. Also ich würde meinem früheren Ich sagen, ich könnte, ich muss nicht, ich muss nicht so inkrementell arbeiten, wie ich das gemacht habe. Ich kann größere Schritte machen. Auf der anderen Seite hätte ich wahrscheinlich damals einfach nicht geglaubt. Ich musste einfach immer so klein, klein, kleine Schritte machen, um zu sehen, dass ich gewisse Dinge einfach hinbekomme. Aber ja, das hätte ich vielleicht meinem früheren Ich gesagt, sei mutiger, was Auslandseinsätze angeht. 18 ist vielleicht sogar ein bisschen zu spät. Also ich hätte meinem 16-jährigen Ich definitiv geraten, nicht erst in den letzten beiden Schuljahren Gas zu geben, sondern vielleicht schon ein bisschen früher. Ja, das hätte einiges erleichtert in meinem Leben, würde ich sagen. Hätte ich jetzt nicht als vielleicht so 17-Jähriger, 17,5 oder so angefangen, mir ein bisschen mehr Mühe zu geben. Weil dann wird es halt stressig und es wird halt einfach nicht so gut, wie wenn man viel früher als 15-, 16-Jähriger sagt, okay, ich muss jetzt einfach gucken, dass ich hier einen sehr guten Schulabschluss bekomme, damit ich es nachher ein bisschen einfacher habe. Ich hatte auch, ja, so Sachen wie Deutsch oder so fand ich jetzt für mich nie so wichtig. Aber wenn man dann später, man merkt, selbst als Techie, wie wichtig eigentlich Schreiben ist, dass man sich gut ausdrücken kann, das wäre vielleicht noch so eine Sache, die ganz hilfreich gewesen wäre. Was möchtest du den Leuten mit auf den Weg geben? Also ich finde es wichtig aus Entwicklersicht, dass man unterschiedliche Dinge macht. Also es gibt ja immer diesen Spruch, hat man 20 Jahre Berufserfahrung oder hat man 20 Mal ein Jahr Berufserfahrung gemacht? Das finde ich ist wirklich wichtig, weil ich sehe, wenn ich mit Firmen arbeite, gibt es Leute, die arbeiten schon sehr lange im Geschäft, aber die machen halt irgendwie immer das Gleiche. Und ich weiß nicht, für mich wäre das nichts. Also ich denke, man sollte unterschiedliche Technologien ausprobieren, also mit unterschiedlichen Programmiersprachen arbeiten, unterschiedliche Prozesse, aber auch ganz andere Dinge. Man sollte sich vielleicht mal eine Weile mit Security beschäftigen, eine Weile mit Betrieb, eine Weile mit Infrastruktur, eine Weile mit QA und so weiter und so weiter. Frontend, Backend und so weiter. Unterschiedliche Sichtweisen, Produktentwicklung, das habe ich jetzt noch nicht gemacht, das müsste ich irgendwann mal noch tun, Consulting und so weiter. Also wirklich versuchen, sich ein paar Jahre lang in der Breite, also in die Breite zu gehen. Also ja, nicht nur in die Breite, sondern wenn man in die Breite geht, auch diese Dinge in die Tiefe zu betrachten. Ein weiter wichtigerer Punkt finde ich, the soft parts are the hard parts, ich glaube, so nennt man das. Ja, also wir gucken sehr viel auf technisches Know-how, aber wirklich wichtig ist, dass man die Soft Skills, dass man da investiert. Ob es jetzt ist, ob es Kommunikation ist, Konfliktmanagement, wie man mit Organisationen arbeitet, also so Change Management in Organisationen. Das ist wirklich wichtig, ja. Also vielleicht sogar Sales, also der Günter Dück, der hat mal so ein interessantes Buch geschrieben, ich glaube, Professionelle Intelligenz hieß das, wo er gesagt hat, wir müssen uns alle mit sehr vielen Dingen jenseits von unserer Technik auseinandersetzen. Auch Marketing und Sales, wir müssen uns selbst vermarkten und selbst verkaufen können. Also ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den man so nebenbei ein bisschen pflegen sollte. Okay, der dritte und letzte Punkt, wir reden hier immer von Architektur und man neigt ja bei Architektur immer irgendwie auf einem relativ hohen Abstraktionsniveau sich zu bewegen. Aber das ist richtig, ja, das ist wirklich richtig und wichtig, aber man sollte nie vergessen, Software ist Details. Also Software sind immer Details. Ein kleiner Bug in der Software kann schlimme Auswirkungen haben, deswegen diese Details sind immer wichtig. Also wirklich immer auch an den Basics-Filen immer mal wieder so ein bisschen was, so kleinere Sachen programmieren, sich Datenstrukturen angucken, wie die im Detail implementiert werden und so weiter und so weiter. Also ja, sich mit den kleinsten Details auch wirklich auseinandersetzen. Was machst du in deiner Freizeit außerhalb der IT? Ah ja, also außerhalb der IT, also tatsächlich in meiner Freizeit, das machen wir wahrscheinlich alle, ziehe ich mir tatsächlich relativ viele so technische Sachen rein, Bücher und Artikel, versuche auch Podcasts zu machen. Aber das ist ja hier gar nicht die Frage, sondern die Frage ist außerhalb der IT. Also wichtig für mich natürlich Familie, kleine Tochter, dass ich mit denen unterwegs bin und so viel wie möglich Zeit verbringe, weil jetzt ist die Zeit, wenn die Kinder irgendwie 16 sind, dann wollen sie oder 18, dann ziehen die aus. Und dann hat man im Prinzip schon 80 oder 90 Prozent der Zeit schon mit seinen Kindern hinter sich. Das darf man nie vergessen, obwohl man die vielleicht 40, 50, 60 Jahre begleiten kann. Sobald sie ausziehen, ist die meiste Zeit vorbei. Deswegen vor allen Dingen, also Familie, besonders Kind. Ich mache auch gern Sport. Ich habe schon mal am Anfang gesagt, ich habe überlegt Sport zu studieren. Also ich fahre gern Mountainbike, Rennrad, gehe ins Fitnessstudio, gehe laufen. Also da stecke ich auch viel Zeit rein. Wenn Covid vorbei ist, ich gehe auch gerne aus. Köln, hervorragender Standort dafür. Ja, da freue ich mich auf jeden Fall wieder drauf. Und natürlich reisen. Also ich bin immer gerne unterwegs und sehe interessante Städte und Landschaften und so weiter. Ja, vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch was gebracht und bis zum nächsten Mal.